Warum bist du heute hier in Luxemburg? Ich habe die ganze Tour de France mitgemacht. Da darf natürlich Luxemburg nicht fehlen als Abschluss. Am Ende ist ja Paris noch nicht Schluss. Die Tour de France endet erst hier in Luxemburg. Da freue ich mich immer drauf. Warum liebst du Radfahren? Ich bin selbst aktiv Radrennen im Fahren und baue die größten und kleinsten Fahrräder der Welt. Ich habe ein eigenes Museum in Storke im Land Brandenburg. Und da bin ich den ganzen Sommer überall die ganze Saison bei Radrennen unterwegs. Und im Winter schweiße ich diese großen Fahrräder zusammen. Und was denken Sie über die Schlecke? Sensationell. Ich denke, dass sie nächstes Jahr noch eine Stufe höher kommen. Und dann haben wir noch eine größere Feier in Luxemburg. Da freue ich mich schon. Ja!